Hallo, Oliver Klein vom Investigativ-Team des ZDF hat ja auf der GUSINT-Con, also der German OSINT-Konferenz, vorgestellt, welche Ermittlungen sie zu Attila Hildmann durchgeführt haben und ein paar Aspekte möchte ich gerne auch hier vorstellen. Andere, wie zum Beispiel, dass sie diesen Hoodie untersucht haben. Das ist ein Hoodie, den Attila Hildmann verkauft. Und wollten sie eben gucken, seit wann gibt es den oder wann hat er den Hund im Hintergrund bekommen, um herauszufinden, von wann könnte das Foto sein. Und ein Aspekt war eben herauszufinden, was sind das hier für Pflanzen, die offensichtlich auch gerade anfangen zu blühen, weil ich über den Blühzeitpunkt eben herausfinden kann, wann dieses Bild gemacht sein könnte. Ja, dazu gibt es eine Web-Anwendung von Plant.net. Also Plant.net hat eine Handy-App, genauso wie Flora Incognita. Und da kann ich dann einfach eine Pflanze mit der Kamera aufnehmen und mir wird dann mit gewissen Wahrscheinlichkeiten gesagt, um welche Pflanze es sich handeln könnte. Und hier haben wir eben eine solche Pflanze. Der Nachteil ist, das ist eben ein festes Foto. Ich kann nicht unterschiedliche Winkel nehmen. Ich kann die Blüten nicht aufnehmen, weil ich sie nicht größer kriege als eben so. Ich kann also keine Einzelblüte aufnehmen. Und das schränkt mich natürlich in der Nutzung von solchen Programmen ein. Dennoch haben sie herausgefunden, welche Pflanze das sein könnte oder welche Pflanze das tatsächlich ist. Und das habe ich eben auch versucht. Als erstes habe ich dazu mal mir das Bild zugeschnitten. Dafür habe ich I Love Image genommen. Da kann ich einfach ein Foto reinziehen. Und hier eben gewisse Ausschnitte wählen. Beispiel so. Und mache dann einfach ein Crop Image und einmal Download. Und dann habe ich da eben diesen Ausschnitt. Und diese Ausschnitte kann ich jetzt in PlantNet ausprobieren. Und zum Beispiel eben dieses hier, was ich schon vorbereitet habe. Und dann wird mir hier eben angeboten, was es sein könnte. Und es handelt sich dabei tatsächlich um den Estigen Aphodil, der eine Blüte hat, so im März. Das Foto ist möglicherweise Ende Februar aufgenommen worden. Zumindest wurde es Ende Februar veröffentlicht. Man sieht ja auf dem Bild, dass da jetzt noch nicht sehr viel blüht, was dafür spricht, dass es eher am Anfang oder am Ende der Blütezeit ist. In dem Fall eher am Anfang der Blütezeit. Aber es war gar nicht so einfach, PlantNet dazu zu bewegen, hier mir den Estigen Aphodil vorzuschlagen. Man sieht auch hier eine Wahrscheinlichkeit von 3,71. Ist jetzt nicht viel. Man kann auch hier noch auf Erforschen gehen. Da kann man Erkennen gehen. Da kann ich nämlich auch hier einstellen, ob er es auf der ganzen Welt suchen soll. Oder wir vermuten ja schon, dass es im östlichen Mittelmeer ist. Und auch hier kann ich eben dieses Bild reinziehen. Und auswählen, dass es hier eben eine Pflanze ist. Identifizieren, anklicken. Jetzt bleiben nur noch zwei übrig. Auch hier bleibt die Wahrscheinlichkeit bei 3,7. Ich habe allerdings lange gebraucht, um so einen Bildausschnitt zu finden, mit dem das auch funktioniert. Weil jetzt mit diesem Bildausschnitt bekomme ich was komplett anderes. Oder auch mit einem zweiten Bildausschnitt. Pflanze identifiziere. Auch hier gar nichts gefunden. Also das heißt, nur weil mir da jetzt nichts oder was Falsches angeboten wird, sollte ich jetzt nicht gleich aufgeben, sondern einfach ein bisschen mit den Bildausschnitten herumspielen. Weil irgendwann habe ich dann den passenden Bildausschnitt gefunden, wo er mir dann auch zuverlässig den ästlichen Afrodil ausgibt. Und man sieht ja auch, wie gesagt, mit 3,7 Prozent. Das ist jetzt nicht so berauschend. Wenn ich direkt vor Ort eine Pflanze aufnehmen würde, da würden mir Wahrscheinlichkeiten von 80, 90 Prozent gegeben. Mit Fotos, die man eben so bekommt, ist man da limitiert. Aber ich finde es eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um ein Bild zeitlich einsortieren zu können. Hier eben entsprechend Pflanzen zu verwenden. Den aktuellen Zustand der Pflanze. Also ist sie gerade im Wachsen, im Frühling oder ist sie im Herbst. In dem Fall in der Türkei ist es natürlich im Sommer hier alles vertrocknet. Also muss das eher im Winterhalbjahr sein. Kurz später war noch eine RTL-Reporterin vor Ort. Da sieht man dann, dass hier wesentlich mehr in Blüte steht. Auch das spricht dann eben dafür, dass unsere Einschätzung, dass das Ende Februar tatsächlich passt, dieser Zeitraum, wo er auch das Bild gepostet hat, die wird dadurch im Endeffekt bestätigt. Okay, das war's für heute schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.